Nice Ladevorgang hab ich doch schon Sind sie noch mal ins Pokémons Händen da? Wenn Pokémon anfangen zu nerven dann wenn man mal was machen möchte Aber so ist es leider kommt man nicht drum rum Außer Radfass hab ich ja schon ganz gute Pokémon da kann man schon nicht meckern Kann ich jetzt wenigstens mal ernten ohne gestört zu werden wäre nett Und noch Okay So Man hat ja wieder genug Den müssen wir Die sind echt wichtig die Bläder Die sind mir schon echt richtig Da kann man nie genug von So Den nehme ich auch noch mit Mann ich Achso ich wollte noch hier So Das Holz Das wollte ich in Dings verwandeln in Kohle Mach ich so Dann kriege noch Kohle raus So So Okay Ich bleib denn hier erstmal stehen Geh denn in den Talk Und wir erstmal rauchen So Und sie pausier ich auch mal erstmal Müde Ja Was heißt müde Ich bin total Boah Mir aber so langsam geht So langsam Wenn Vati auch Level 21 ist werde ich auch wieder wechseln Dann werde ich auf Den anderen Metallenden Kollegen Wechseln So ein Stahltyp Letztens habe ich ein Kickli gesehen Alter Das hätte ich Das würde ich gerne haben Weil so ein Kickli ist schon nice Ein schönes Kampftöke mal Dann kann man immer auch viel mehr auf Effektivität arbeiten Was ich ja Gerne mache Momentan ist es schwierig Auf Effektivität zu gehen Weil jetzt wo ich eine Pause mache Kann das alles durchbraten Dann muss ich hier mal Zwacken wir Oder ab damit ich den anderen noch was zugeben kann So Dann zwack ich dem hier noch ab Die Hälfte Damit ich hier noch So Dann bleibe ich hier wieder stehen Und dann Kann das alles brutzeln Meinetwegen Aber schade dass keiner zuguckt Das ist echt Was Was willst du machen Mache ich hatte das halt für die Leute Die das hier gucken wollen würden Aber nicht können Und können das halt auf Tewitsch dann selber gucken An sich Was ja auch nice sind Dass man das so machen kann Wo sind meine regelmäßigen Zuschauer hin Gerade am Wochenende Machen wir schon alle Party Machen wir schon alle Party Und das ohne mich Ja Hier lutscht an meinen Finger Junge Was So Ja 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 So Nee 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 Oh Hier lutscht an meinen Finger einfach So Genug Scheiße gebaut wieder Ich finde es schade dass keiner mehr da ist Aber Was Mal machen Oh So Junkie das Ach nee Ich freue mich aber selber dass ich in der letzten Zeit öfters mal wieder streame Weil mir das jetzt Wurst sein kann ob ich es denn hochlade oder nicht Sehen kann man das ja auf Tewitsch Ich weiß nicht ob ich das abendern Ich meine man kann es ja ab und nach Nach und nach hochladen Ja aber Wenn hinterher kommen ist es sowieso Da komme ich sowieso nicht mehr hinterher mit Von daher So dann gehe ich nochmal auf Toiletthöhe Und dann Wenn ich mal pausieren hier Ne Ich mache Toiletthöhe Und dann BKW ja da Dann geht es weiter Wird gleich So Dann bin ich schon wieder Schau die mal um Aufs Spielchen So Na ich habe pausiert das ist ein bisschen ungeil Aber wir haben schon die meisten Haben wir schon mal Macht Na ich wollte das mit der Kohle ja machen Einfach So Wir müssen Kohle haben Stein wurzelt auch vor sich hin Die Kohle braucht noch ein bisschen Ist ja auch Wurst Wie können wir denn die 18 noch reinzimmern Die 18 kann man dann Hier noch reinballern Ich kann das sowieso noch umsortieren Ja Weil da ist ja noch eine Kiste Ich weiß mal Ich weiß nicht ob ich da noch Holz drin habe Ich weiß nicht ob ich da noch Holz drin habe Weiß ich gar nicht Ob ich da noch Holz Ein bisschen Aber das nutzt nur Müll drin Den ich hier ja mitnehmen würde Dann kann ich mir die Kiste auch wegmachen Erstmal mit der Axt Wenn ich mit der Axt gemacht habe Dauert es nicht zu lang Das dauert es nicht zu lang So So Wie mache ich denn hier alles drin Außer den Sand Den Sand den lasse ich mal Dattwege rein machen Andere Zeugs Ich kann auch hier rein Die Knappe lasse ich auch mal Oookay Aber das Holz kann ich hier auch dran lassen So Dann müsste ich mir noch eine Axt machen Weil ich war ja noch nicht fertig Dann mache ich mir 4 und dann ist gut 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Schaufeln Können die auch noch gebrauchen Mache ich mir auch nochmal 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Schon Adontom 4 3 5 5 4 1 2 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 7 9 8 9 9 10 Wenn man schon dabei ist. Ok dann brutzelt hier alles vor sich hin. Was kann ich denn auch hier lassen? Ja Bäume klatschen im Dunkeln. Ist jetzt auch nicht so das wahre. Das mache ich auch mal hier hin. Ja im Dunkeln ist das jetzt nicht so. Da geht ja wieder die Sonne auf das ist nicht schön heiß. Da sind Wehren die wohl später noch. Dann hole ich mir noch ein paar Bäume. Ist auch egal welche Bäume. Weil ich brauche von beiden Sorten. Ich brauche mit Holz noch. Wachsen ja immer neue nach. Wenn nicht kann man welche pflanzen. Das ist ja easy going. Sollte ich auch mal auf der freien Fläche machen. Weil das ist eine schöne große freie Fläche. Wo man Bäume pflanzen kann. Theoretisch natürlich. Was ja nicht verkehrt wäre. Bei Holzbrummern immer. Gerade für Werkzeug. Ne. So. Dann habe ich hier alles schon mal. Mit dieser Weckülterei hier. Das ist furchtbar. Das ist furchtbar. Damit ich immer wieder Kohle habe. Dauert zwar bis das hellig ist. Bis sich hier beraten ist. Wenn man sie denn hat. Dann hat man sie. Ob es sich ein bisschen langweilig sein sollte. Na gut ist es langweilig. Die Bäume weg. Weil das sind halt Sachen die man machen muss. Da kommt man nicht drum rum. In der fertigen Datei kann man das ja dann skippen. Wie man es ja so nennt. Noch einmal ein bisschen weiter vorne. Noch vorne skippen. Bis man da fertig ist. Aber naja. Was solltet. Ist da hinten nicht. Ist da hinten auch noch ein Ding? Da hinten ist noch so ein Ding. Oder ist das unser? Ne. Was? Habe ich einfach noch so ein Pokémon Center in der Nähe? Ja. Bin ich erneut. Das kann man anbieten. Das kann man anbieten. Das kann man anbieten. Was willst du machen? Was willst du machen? Ich weiß ja selber dass das langweilig ist. Hier dauernd die Bäume weg zu prügeln. Aber. Gehört dazu. Wir müssen ja auch bald in der Höhle. Das gehört auch dazu. Kann ja nicht dauernd hier rumrennen. Ein Pokémon sammeln. Man muss ja auch was dafür tun. Für die Pokébälle. Und. Für den diversen anderen Shit. Den man hier finden kann. Ich habe hier auch noch keinen freiliegenden Pokéball gesehen. Gibt es ja hier auch. Sogar da. In meinem anderen Speicherstand habe ich sogar schon. Oder in der anderen Map. Habe ich sogar schon mal eine TM gefunden. Hat der Boden geglitzert einfach. Und dann habe ich da einfach. Hingeklickt quasi. An dieser Stelle. Und da habe ich einfach mal eine TM gekriegt. Finde ich schon nice. Ich habe zwar noch nicht genutzt die TM. Aber. Kann man machen. Ja gerade das Holzbräu auch noch. Weil. Wenn ich mir auch ein Schlafzimmer bauen will. Eine zweite Etage. Dann. Sollte ich dann auch. Aber zwischenbruch werde ich wieder ein bisschen trainieren. Das. Ich werde jetzt hier nicht anfangen mit dem Haus zu bauen. Weil das wäre dann doch ein bisschen wieder. Ja. Würde wieder in Richtung langweilig gehen. Und das will ich ja nicht. Ich will das ja ein bisschen gemischt halten. Und das ist. Mal. Ein bisschen langweiliger ist. Und mal dann. Ein bisschen aufregen. Sag ich mal. Ich meine. Wenn ich das aufscreen machen würde. Wäre mir das egal. Dann hätte ich das so gemacht. Aber. So muss ich das ein bisschen managen. Wird noch schön viele Äpfel. Oh. Äpfel. Oh. Ein paar Äpfel hat man ja auch schon. Da werde ich auch nicht alle brauchen. So. 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 Das geht ja schon mal nach vorne. Das haben wir schon alles. Ja. Das geht einigermaßen. Das ist jetzt zwar noch nicht so viel. Dass ich sagen würde. Okay. Das ist schon zu viel. Aber. Na gut, das würde ich nie sagen, aber zu viel Holz kann man nicht, zu viel Holz kann man nicht haben. Holz ist immer gut. Würden wir reichen, wenn ich zwei 64er von dem einen habe, das haben wir ja auch bald erreicht. Naja. Von daher geht das schon. Hallo, Taubsee, du wirst sterben. Kann ich dir gerne erfüllen, den Wunsch. Wenn sich ein Taubsee wünscht zu sterben, dann komme ich dir noch gerne nach. Weil Level 4, Alter, das ist Selbstmord. Weißt du noch früher, wo ich Level 5 war? Da hätte ich gesagt, okay, kann man machen, aber hätte ich mir sogar gewünscht, muss ich sagen. Weil ich hatte ja wenig zu trainieren. Alter, what the fuck. Wollini, da wird 22. Dass mich hier nichts angreift, ist ein Wunder. So, den Baum mal noch fertig und dann geht zurück. Reicht dann ja auch. Ja, reicht. War das jetzt meins oder das andere? Ne, das andere war meins. Das andere war meins. Da hinten, was? Weil ich bin ja dezent weit gelaufen. Und deswegen... Würde ich mal... Ja... Den braten wir noch ein bisschen Holz. Aber eigentlich das, weil ich muss ja noch eine Etage aufbauen. Später. Wir gehen ja gleich wieder los. Ein paar... Pokémon catchen kann man ja... Na, catchen nicht. Na gut, kommt drauf an. Das kann ich verbrutzeln. Das lasse ich hier. Aber die beiden, die kann ich verbrutzeln erst mal. Da habe ich noch eine Kohle. Die kann ich hier reinzimmern. Da habe ich genug hierfür. Die nehme ich mit. Die zimmere ich denn hier rein. Die nehme ich auch mit. So. Den brutzeln da alles erst mal vor sich hin. Und dann... kann man auch auf Pokémon Reise gehen. Oh, die Nafeln lasse ich hier. So, was ich hier lassen muss, lasse ich hier. Ja, gut. So. Sand, den mache ich beim anderen rein. Muss ja alles in Ordnung haben. So. So. Den kann ich hier rein theoretisch schon los. Den gehen wir mal wieder los. Ein paar Pokémon Perprül. Vielleicht findet man ja auch einen Trainer unterwegs. Ist ja alles möglich. Hallo Eggins. Oder Rirtan, wie man es so nennt. Erst mal... Oh, ne, schmockt Mama. Weil ich will ja... ein Vati trainieren. So. Auch wenn es wieder dunkel wird. Ich würde mich schon Schlafzimmer bauen wollen. Weil... Nachts ist es halt scheiße. Weil man nichts sieht. Weil man einfach nichts sieht. Hallo Voltilom. Was geht. Was nehmen wir den Namen? 13, 16. Hat Hegel der Schüter. Kann ich ja nicht angreifen, was Elektro ist. Panzer, Ehron. Der wird 13, ne? Der wird 12, wäre dann auch ein bisschen krass. Ja... Alter... Ach, das ist sehr effektiv. Das war Fail meinerseits. Nicht mal ein Ponita. Das würde ich auch gerne trainieren. Auch wenn es auch... Auch wenn es auch Typfeuer ist. Aber... Ich finde die schon ganz nice. So... Hm... Ja... Da jetzt wieder keiner zuschaut. Ich wollte eigentlich das so machen, dass ich das dann mache. Ja. Wenn es denn so ist, dass jetzt keiner mehr zuschaut, dann kann ich ja auch meine Etage bauen. Denn... Dann würde ich hier mal eine Treppe hochbauen. Oh, ich habe wieder Wolle. Das finde ich nice. So, dann nehme ich mir das Holz mal mit. Oh, ich hätte mir das Holz mal sparen sollen. Ah... Mist. Das ist zwar schön... Auch zweckmäßig, aber finde ich jetzt ein bisschen ungeil, weil ich brauche das Holz. Na, aber wenigstens haben wir hier ein bisschen Kohle. Vielleicht kann ich... Vielleicht kann ich ja auch nur einen verzimmern. Ja, das reicht. Dann kann ich das andere wieder reinmachen. Kann ich das hier wieder reinmachen. Dann geht das schon. Steine, die kann ich ein Dings reinmachen. Dann mach das hier noch rein. Steinchen. Knöpfe. Knöpfe. So. Da habe ich ja 64 Knöpfe. Die mal den hier rein. Okay, dann baue ich hier weiter. Ich müsste mir Treppen bauen. Treppen. Das war doof. So. Zack. Sollten reichen. Dafür später noch Treppen. Ich meine, ja, es ist ein bisschen Verschwendung gewesen. Ich brauche hier echt... Na gut, dann mache ich auch hier, weil da ist ja... Architektonisch ist das hier ein bisschen besser. So. So. Dann mache ich das mal weg. Ich muss mich versetzen, was ich denn... Muss ich versetzen, leider. Nee. Wie die Treppe haben. Dann kommt man da wenigstens hoch. Wenn der Boden gestört oder so. Ja. Jetzt bräuchte ich quasi das andere noch. Ich will da runter... Ach Gott. Ja, das andere Holz brauche ich jetzt. Hallo, Josch, der Mann LP. Willkommen im Stream. Dann brauche ich die andere. Ich muss jetzt gerade die oberste Etage noch ein bisschen ausbauen, damit ich nachts schlafen kann. Weil das ist sonst ein bisschen... Eins, zwei, drei, vier. Aus Maul legen, aber... Viermal aus Maul legen, das kann man ja machen. Eins, zwei, drei, vier. Aus Maul legen. Eins, zwei, drei, vier. Aus Maul legen. Eins, zwei, drei, vier. Aus Maul legen. Dann mache ich die... Das andere mache ich dann hier auch noch. Wird glaube ich nicht reichen, aber... Wenn ich fertig bin, wird es denke ich mal Tag sein. Dann kann ich noch ein paar Bäume wegprügeln gehen. Oder ich kann auch das andere wieder machen. Dürfte das ja funktionieren. Ja, da es noch nicht hell ist, kann ich ja hier weitermachen. Dann kann ich schon mal die oberste Etage machen. Zumindest so ein bisschen. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, eins, zwei. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. So. Mach ich schon mal eine Wand. Äh, nee. Eins, zwei, drei. Eins, zwei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei. Eins, zwei, drei. Da passt doch. So. Nächster Stack. So langsam läuft es. So langsam kriegt das Schlafzimmer auch hier nicht. Fünf, sechs, sieben. Eins, zwei, drei. Eins, zwei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei. Eins, zwei, drei, vier. Ja, lecker noch mehr so. Äh, diese Lags an euch. Ich hasse die. Licht aber am Spiel, nicht an mir. So, die Ange kann ich. Na gut, auch eigentlich schon. Dann steige ich da hoch und meine, das ist mir fertig. Ich wollte es gleich eh alle. So. Na gut, fast alle. Ups. Mache ich schon Fenster? Na gut, kann man schon machen. Eins, zwei, drei. Eins, zwei. Ups. Äh, wieso sieht man das mir nicht? Keine Ahnung. Ich danke gleich. Dankeschön, Josch. Der Mann LP fürs Vorlohn. Die sind beide irgendwie zeitverzögert. Ich weiß gar nicht warum. Warte mal. Eins, zwei, drei. So. So. Jetzt können wir runtergehen, Bäume wegprügeln. Ein paar Bäume mobben. Ein paar Bäume mobben, Mama. Hinten waren ja genug. Ich brauche die Weißen jetzt. Ich muss wieder so, ich muss wieder so baumrassistisch tun. Ich nehme nur die weißen Weißen. So baumrassistisch muss ich jetzt wieder sein. Ich meine, man könnte ja auch wieder welche pflanzen, aber im Moment sind hier überhaupt keine mehr. Ich dachte, die pflanzen sich automatisch wieder ein. Finde ich ein bisschen komisch. Geh mir aus dem Weg, Junge. Ich kann mir auch mal ein paar schnappen und noch mal einpflanzen. Das kann ich auch noch mal machen. Wenn es hier so wenig gibt, dann kann ich das auch mal tun. Ein paar Säplings habe ich ja noch. Alter, ein Gold-Battle Level 36. Natürlich greift mich das jetzt an. Aber ich habe Vati drinnen. Das wird niemals funktionieren. Das zieht nur ein bisschen ab. Ja, ich bin ruhig. Alter, ich bin gleich so war von tot. Einfach mal. Ja. Selbst das wird nicht bringen. Zumindest wenig. Ja. Wenn ich Glück ha... Ich wollte gerade sagen, wenn ich Glück habe, wird das was. Aber ich... Ja, das... Drachenwut. Wir sind nur Texot gelevelt. Haben jetzt alle gelevelt oder was? Naja. Äh... Wann wollte ich jetzt? Achso. Wollte wieder zurück. Stimmt. Kann ich auch gleich. Man muss den Programmantien wieder heilen. Das finde ich jetzt nicht so... Finde ich jetzt nicht so geil. Aber was will man machen? Im Grunde, dass ich überhaupt das überhaupt besiegen konnte. Da hat noch ein Lexowal rum. Dann werde ich mal heilen. Mal heilen gehen. So. Also ich wollte ja... Ja, es hat links und so. Apropos. Die gehört hier ja eh nicht hin. Die mache ich mal weg. So. Gut. Dann habe ich mein Quartier wirklich hier. Und dann bin ich irgendwo anders. So, Birken. Oh Gott. Das war wenig hier. Finde ich jetzt nicht so schön. Dass hier so wenig sind. Hm. Haben wir jetzt auch wo... Ich kann das genau machen. Ich kann das da hinten irgendwo machen. Hier vorne irgendwo. Ich meine, wenn ich die Fälle kriege ich ja eh nur welche. Von daher... Ich meine, die anderen könnte ich ja auch noch pflanzen. Dann bereuen die so weit rennen. Und die werde ich auf jeden Fall auch mal brauchen. Dann brauche ich nicht so weit rennen. Fichten habe ich auch noch. Eichenholz habe ich auch noch. Dann kann ich ja einen kleinen Wald neu machen. Dann mache ich hier so einen Wald hin. Ein bisschen. Zumindest. Da freut sich Greenpeace wieder, wenn ich das hier mache. Die freuen sich ja immer, wenn die Bäume pflanzt. Das ist ja auch noch ein paar Jahre alt. Das ist ja auch noch ein paar Jahre alt. Das ist ja auch noch ein paar Jahre alt. da das hier alles schon einigermaßen geht oder schon einer gewachsen vor meinen augen quasi passiert ja auch nie so oft da hinten kann man ob ich da hinten alles schon hier noch ein da noch ein hier noch ein da noch gehen wir die auf dem sack man lasst mich doch mal bäume pflanzen junge ich habe es nötig ich brauche das holz mittlerweile sollte es einigermaßen reichen zu dicht am haus will ich die jetzt auch nicht haben das wäre jetzt nicht so schön also habe ich sie wenigstens in der nähe ich kann mir schon mal eine axt schnappen und die einen wenigstens weg prügel dann kann ich das andere wenigstens noch machen ich hier unbehellig herumlaufen und mich hier nichts angereift finde ich schon schön so dann baue ich mal da weiter dann kann ich es nicht eine seite schon mal fertig machen nein so jetzt muss ich leider warten aber ich kann mir eigentlich schon mal ein bett bauen kann ich mir das mal hinzimmern verglasen kann ich die fenster jetzt auch schon mal holz habe ich sowieso drei denn passt das schon so dann habe ich schon mal ein bett den kann ich abends schon mal schlafen das ist schon mal neust dann heißt es wäre ja auch ein doppelbett aber ja das reicht erst mal für eins wenn man das L wegnimmt ist es heißt es vergasen ich muss gerade nur nicht furzen dann würde ich ja alles vergasen aber dann würde ich nur mich vergasen ja das war dem nicht was ich gerade gemacht habe aber ja obwohl ja kann ich so machen den geht das ja so jetzt muss man halt nur warten bis die bäume dann wachsen das ein bisschen dauern kann da kann ja auch noch saplings einsammeln die ich noch brauchen werde definitiv damit ich neue pflanzen dann kann ich hier schon mal rein pflanzen dann habe ich immer noch welche dann von hier nur einer hin und da nur einer hin und dann ist gut die ganze forstwirtschaft einfach dann hat man wenigstens holz wenn man es braucht weil wir ein bisschen bauen ich weiß gar nicht ob die reichen würden jetzt na nee ich glaube das reicht nicht da brauche ich noch ein baum ich habe zwar noch ein baum in der hose aber den kann ich leider nicht benutzen dann kann ich schon mal ein bisschen das dach anfangen aber ich muss das auch mal ausleuchten wenigstens ein bisschen das ist das hier alles ein bisschen dumm mach ja am besten neben dem fenster mails ja 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 schon wieder dunkel finde ich ungeil obwohl wir können ja schlafen habe ich schon vergessen dass ich hier schlafen kann wachsen die bäume über nacht überhaupt ich weiß es nicht weil ich mir die frage noch nie gestellt habe weil mir das nie so wichtig war ja einer ist gewachsen wir müssen bestimmt noch und hier noch ja da ist noch einer ein sapling ist hier noch so komm mal her Junge du wirst geowned bäms ein paar ep zum mitnehmen kann man ja auch mal machen dass man zwischendurch mal was hat dass man zwischendurch mal was hat das sieht ja schon ganz nice aus auch wenn es gerade wieder gelegt hat können die auch mal zu machen oder? ach nee das ist ja den lasse ich das mal jetzt müsste es aber rein theoretisch reichen den Rest kann ich in den Ofen schmeißen für Kohle muss ich mir noch die Decke machen natürlich ein schwebender ich frage mich wie die Blöcke immer schweben können das ist irgendwie die müssen sehr leicht sein die Blöcke damit nicht dass sie schweben können kann ja alles ein bisschen dauern gerade wenn man hier so eine Scheiße baut wenn man Scheiße baut dauert es halt länger Holz habe ja noch einigermaßen wie schnell das Holz einfach mal weg geht gerade mal die Hälfte und das ist fast alles weg man schon wieder Mist gebaut das ist ein Mobbingholz einfach das ist nämlich einfach nur Mobben da dürfte ich jetzt nicht rein fallen das ist schwierig da ein halbes Dach da darf ich jetzt nicht rein fallen sagt er und fällt rein natürlich natürlich wenig achso hab er nicht mehr na gut außer 5 die 5 werden es jetzt auch nicht reißen da muss ich schon wieder Holz kloppen aber er soll mich jetzt auch nicht weiter spüren muss ich noch irgendwo Kohle haben da da so ein paar gehen den ganzen Schildnagel weg den ich hier noch so rumfliegen habe und dann gehe ich wieder trainieren hatte ich ja auch wieder lange nicht ich meine ja ich könnte noch ernten aber das äh das muss jetzt nicht sein siehst du der bietet sich zum töten an das ist sehr schön so kann man noch gut EP kriegen einige Bäume wachsen hier auch schon wieder und die Saplings sollte ich mal mitnehmen für alle Fälle für alle Fälle was ist das hat mich schon von sich aus angegriffen wurde gerade einen Ball schmeißen äh ja obwohl das ist der wird 20 ja wird schwierig einmal greife ich noch an und dann ja wo es lang es geht solange es geht kann man das ja machen siehst du schon auf level 17 schon auf level 17 ohne zu wechseln das finde ich schon nice das finde ich nicht nice Mama ist das das level 40er nein 28 ja das ist doch zu viel das ist mir doch noch zu viel könnte ich zwar rein theoretisch besiegen aber müsste ich alle 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 Pokémon die ich habe einbinden und das ist mir dann noch ein bisschen gelitten und das ist mir dann noch ein bisschen gelitten Miltank gibt es ja auch noch hm so die gehen ja die Kollegen Bämens ja so läuft das so läuft das du wachst ein bisschen rum Junge so komm her aber besitzen es mir dann doch ein bisschen viel dann nehme ich mal meinen Text so so drachengut drachengut zieht ja immer 40kp ab das ist momentan eine gute Attacke wird sich später noch ändern da ist doch eins ich bin voll der Kühe vernichter hier gerade ich rot hier die Kühe aus das ist ja reine Willkür hahaha oh der Witz so Bämens yeah warte ich gelevelt auf Level 18 so mein kleines schlengelengelengelchen so auf Level 18 werde ich wieder wechseln müssen hmmm 18 ja wenn ich das mal das hat wenigstens noch volle Kraft sag ich mal yeah man 2 ich frag mich warum die Leute immer verschwinden gerade wenn man so kämpft und so so action mäßig und so das verstehe ich nicht komm her so sonst baut man sie sonst baut man da alles und macht und tut und immer wenn es langweilig ist kommen die Leute an das ist irgendwie und wenn und wenn und wenn denn mal einer und wenn denn mal einer und wenn denn mal einer da ist dann geht er auch wieder wenn es nicht so wenn es zwar actionreich ist oder dann haut er trotzdem ab aber naja da steckst du ja nie drin so wie wirst du denn nicht mal ins hoch und nach händern aber merkt dass man immer weniger ins pokémon centern muss das finde ich schon sehr nice kann man machen so so boah schon fast fünfeinhalb stunden ist die mich schon wieder das ist nice Level 24 ist aber auch schon krass da habe ich hier noch was eine Feder ok supi Taubsi komm her ich habe das genau getroffen wieso komm her komm komm dieses dreckige komm her verdammt nochmal geht doch mein gott man bringt jetzt nicht so viel EP aber wenigstens etwas was schlägst du schlägst du schlägst du Junge sag mal sieh die nicht komm her so weißt du da die bewegt sich nicht mal ah der verfehlt dauernd natürlich als ob als ob BAMS 69 EP man geht nach hause schlafen dann kommt morgen wieder dann kann ich nachher weitermachen ich wollte schlafen Gott BAMS 44 äh was ey ja toll der schl schläft es auch noch aber drachenwut ist aber gut ja 44er besiegt oh das gibt EP Vati gelevelt auf Level 19 oh das ist ja ein alter das ist schon nice Level 40 ganz ehrlich das ist ein bisschen krass aber gut dass du text und drachenwut kann wäre diese Attacke nicht wäre ich tot zumindest meine Pokémon wären tot so 25 aber 25 ist doch ein krass Kakaobohnen oh dann kann ich mir bald Kekse machen auch Kekse ich kann mir Kekse machen bald Kekse sind doch super ich muss mir noch schlafen mit meiner halbfertigen Decke was nicht so schön aussieht aber nicht schön aber zweckmäßig ja toll habe ich mir so eine Fackel in der Fresse na ganz toll immer wenn ich aufstehe habe ich eine Fackel in der Fresse ist es ja so ich muss den Kack bringen auch mal weg hier so so okay ich würde mal sagen dass wir noch ein paar Bäume weggrühen ich meine ja das dauert jetzt auch nicht so das dauert wird jetzt ein bisschen dauern wieder und ich will das Dach fertig haben und dann Ternego 52 ist mir zu krass da bin ich ungern in der Nähe jetzt weil wenn mich das angreift bin ich am Arsch dann kann ich nur mal ins Pokémon Center und das raubt mir dann auch ein bisschen Zeit und das raubt mir dann auch ein bisschen Zeit aber was solls irgendwann müssen wir auch noch in eine Höhle rein damit ich noch Metall finden und so ich meine ich trainiere ja so wenig jetzt aber wenn das denn fertig ist das mein Schlafzimmer dann werde ich wieder trainieren ich muss ja auch trainieren meine ganzen Pokémon die müssen ja noch leveln ja außer eins eins das grad fratzt das lass ich da fange ich mir noch irgendeines was noch was noch gut wäre und da werde ich dann werde ich mir das denn trainieren wenn es denn nicht schon höher gelevelt ist eigentlich hätte ich das 40er nehmen können ich vollidiot das 40er das ist ja echt nice gewesen zum trainieren auch da müsste ich weniger Angst haben da steckst der ja nicht drin oh gerade noch ein Baum gewachsen gerade gewachsen und wieder gefällt dieser arme Baum dieser arme Baum Hallo Direct Talks HD willkommen im Stream und schon wieder wenn ich nur Bäume wegprühle kommen die Leute ich verstehe es nicht wenn ich mit einem Pokémon battle dann dann hauen sie alle ab ich verstehe es nicht das ist mir ein Mysterium gerade das ist mir echt ein Mysterium ich wollte das Schwert nicht nehmen den Özelreisen den Özelreisen so das ist halt 65 dann werde ich dich mal verwur... obwohl ich kann die Hälfte verwursten die ja wohl 2 2,64 ist schwierig wenn das hier das ist den baue ich schon mal weiter den baue ich schon mal weiter mein Schlafzimmer mein halbes zumindest noch Mann dieses dämliche Bett bin zwar froh dass ich das Bett habe aber es stört dezent was ja ich meine ist auch ein bisschen schwierig habe ich erst auch überlegt wie sprichst du den am besten aus aber wenn ich den richtig ausgesprochen habe dann dann ist er sehr schön dann freut mich das auch da rennen wieder Kühe draußen rum ich muss die noch ausrotten ich bin voll der weil so ein Miltank bringt ja schön viel EP auch ja was heißt schön viel die sind halt leichte Beute mittlerweile weil die alle nur von Level 8 von Level 15 ne von Level 10 bis Level 20 sind ja Pokemon Go gibt es auch in Minecraft das funktioniert da sogar ohne Smartphone das ist ganz modern Ups das ist ganz modern einfach nur jetzt habe ich die oh Gott jetzt will mich die Fackel mobben ne hier klappt das sogar ohne Smartphone also und ohne Virtual Reality oder so es ist schon ganz ganz modern einfach nur ja ich habe mein Dach fertig nice siehst du brauchte ich doch nicht alles kann ich dann hier rein zimmern Treppen auch und dann kann ich dann in Kohle verwursten Kohle so die kann ich hier reinhauen die auch bleibt ok ja das müsste es auch in real life geben muss ich sagen aber das wäre schon nice die sammle ich dann doch nochmal ein hier dann kann ich die brutzeln dann wachsen später dann auch wer hier nach noch na daneben geklickt so 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 ach stand schon wäre ich im Garten bei euch na das kann aber vorkommen das ist ist zwar dann blöd aber noch blöder wäre es ja wenn ein Pokestop im Garten wäre dann äh oder in der Arena das wäre dann ziemlich ungeil wenn da so tausende wenn da so 10-20 Leute jeden Tag stehen und da wenn wir Pokémon Kämpfe austragen oder sich da irgendwas holen einfach das wäre schon das wäre schon echt nervig so dann kann ich mal wieder dann geht es nochmal weg die brauche ich ja hier eh nicht wie sehen meine Pokémon aus ja alle voll geheilt das ist schön dann kann ich auch mal kämpfen gehen wieder kriege ich den hin 30 würde machbar sein ich trau mich mal vielleicht kann ich den sogar fangen weil so ein Arbok ist nicht schlecht na wie süß das aussieht eigentlich so Donnerschock ja wenn es ein Crit kriegt dann Drachenwut schaffe ich das noch einmal Drachenwut einzusetzen das wird schwierig ich setze dann nochmal einmal Blut ein so und dann kann ich mal nein nein ich will auch gar nicht wechseln was nehme ich denn da ich nehme mal einen Superball da haben wir noch genug von mal gucken bleib drin Junge na ja wir haben eins nice das werde ich dann nochmal wechseln gehen Computer habe ich dann auch noch drin praktischerweise dann zimmere ich das Radfratz mal hier rein das ist dann unser stärkstes Pokémon das Arbok das ist schon sehr sehr nice da habe ich nur einen Superball verbraten das ist schon sehr nice naja asozial man könnte wenigstens vorher fragen ob man dann im Garten darf und sich dann weil da ein Pokémon ist oder sonst irgendwas wenn man denn fragt ist das ja in Ordnung aber wenn man da einfach rein geht ich weiß ja nicht das ist ein bisschen unhöflich finde ich das ist ein bisschen unhöflich finde ich weil wenn sollte man dann auch fragen wer ist er denn das sind Pflanzen Pokémon ne dann bringt der Donnershop nicht so viel was ändert der ist unerwartet ich kann mal ein Text weil das ziemlich hoch gelevelgt ist ja toll 해�ettet oh Gott jetzt schläft es auch noch Wach auf! Ah, doch, hat geklappt. Nice. Bodycheck. Ladevorgang kann dann... Stärke 90. Hier kann man es nicht sehen, Trefferquote. Ist das 35? Oder 85? Ja, manchmal täglich weg. So. Ach ja, ich kann ja schlafen. Ich vergesse das doch, dass ich schlafen kann. Dann brauche ich nachts nicht rumrennen. Ich habe immer eine Fackel in der Fresse, wenn ich aufwache. Das ist ein bisschen blöd. Ich fackel in der Fresse. Ich finde das ein bisschen doof. Aber da kann man nichts machen. Mittlerweile schon. Das war mal anders. Ich versuche zumindest öfters zu streamen. Das letzte Mal war ja vorgestern. Da habe ich vorgestern gestreamt. Da habe ich dann mal einen Test-Stream gemacht. Und... Da habe ich einige Sachen getestet noch. Da habe ich einen Onyx gesehen. Ist das ein Onyx da oben? Da steckt da so eine Wand drin. Das sieht ein bisschen ungesund aus. Was? Wo, Ladybar? Wo bist du? Ach da. 15. Ähm. Komm, aus der Luft. In der Luft. Ja, in der Luft. Nice. So macht man das. Alter, der holt sich ja einen Genickbruch, der Junge. Zieh den Kopf nach vorne. Ihhh. 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 Das Ladybar ist in meinem Wati drin. Ihhh. 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 Alter. Vor allem. Wo? Vor allem. Wo ist dieses Ladybar? Alter, das ist doch versaut. Das ist doch widerlich. Dankeschön. Ladybar. Direktox Hadi. Dankeschön fürs Follow. Alter. So ekelhaft, wo das Ladybar da ist. Ich meine, ich will gar nicht wissen, was das Ladybar da beim Wati macht. Ich... Ihhh. Ich will das gar nicht wissen. Ladybar. Ladybar. So. Bäms. Das ist dieses notgeile Ladybar einfach nur. Ja, das hört sich auch wirklich an wie Ladybar. Als wenn eine Lady an der Bar sitzt. Einfach nur. So hört sich das an. Oh, er hat noch einen Vogel rum. Ist das ein Tauboss? Oder ist ein Ibitak, ne? Wie hoch ist das gelevelt? Bleib doch mal hier. Wir wissen, wie hoch du gelevelt bist, Junge. Er seufzt es sich jetzt, oder was? Aua. Ein Ibitak. Gönn dir, Junge. Das gönne ich mir. Ein Ibitak ist schon nice. Dürfte auch theoretisch machbar sein. Wird aber echt schwer. Wird vielleicht Zeit für einen Hyperball. Hallo. Dankeschön Marsch. Was? Dankeschön. Marsch. Was? Marschnitte? Oder? Ich hab keine Ahnung. Marschnitte mit einen N. Also Schnitte mit einen N. Naja. Wollte einfach nur Dankeschön sagen für's Follow. Ich hab ja manchmal auch Schwierigkeiten Namen auszusprechen. Hm. Na. Oh ja. Das ist gut. Dann nehm ich mal einen super Ball. Bleib drin. Wie so ein riesiger Vogel in so einen kleinen Ball reingeht. Das ist äh. Ja. Bitte bleibt drin. Was? Ja, wir haben einen Ibitak. Nice. Wir haben einen Ibitak. Wurde jetzt nur am PC gesendet, weil das Team ist schon voll. So. Ach. Das ist bestimmt das Kind von Ibitak. Das bestimmt das Kind von dem. Und da denkt sich das Kind. Doch ist meine Mutter gefangen. Bitte nehm ich mit. Aber nö. Du reist zum Trainieren, Junge. So. Ja, Musikideen. Nur ich lade das auch auf YouTube hoch. Das. Da kann ich nur meine Minecraft Playlist nehmen, die ich schon habe. da bin ich wenigstens sicher, dass sie Gamer frei ist. Kann ich jetzt nicht so einfach machen. Alter. Geh weg. Hm? Alter. Voll in den Arsch. Habe ich den Pokémon voll in den Arsch geschmissen. Ach man. Ja das ist ja unech. Hm. Ich hoffe das funktioniert. Einigermaßen. Sonst habe ich einen guten Leben. Komm schon. Ah. Mist. War das jetzt. Ich glaube das war mein Todesurteil. Glaublich. Weil das äh. Komm schon. Obwohl. Ja. Obwohl mit Utexo geht das. Ja. Drachenwut. Boah man. Drachenwut ist ja alles Könner hier. Nice. Nun muss ich wieder heilen gehen alles. N-C-S? Was soll N-C-S sein? Ich kann mit dem Begriff nichts anfangen. N-C-S kann ich nichts anfangen. Nein. Was soll ich aber noch? Items gekrischt. Diverse. Den bring ich mal hier rein. Da ist noch eine Kuh. Ich muss Kühe ausrotten. Da äh. Komm her du Kuh. Hm. So. Erstmal eine Kuh ausrotten. Du blöde Kuh. So. Du gibst keine Milch. Ich muss dich ausrotten. Hm. Ich muss dich ausrotten. So. Erstmal eine Kuh ausgerottet. Bitte keine Links. Nö. Bitte keine Links. Nö. Bitte keine Links in den Schätzimmern. Da. Das finde ich sehr ungeil. Einen Tauch. Einen Tauch. Die kriegen wir auch noch hin. Sogar One Hit. Nice. Ein Ei haben wir gekriegt. Ist ja nicht so, dass ich schon zwei Eier... Ist ja nicht schon so, dass ich zwei Eier in der Hose hätte. So brauche ich jetzt keins. Vor allem hört sich das komisch an, wenn ich sage, der hat sein Ei in der Hand. Das hört sich ein bisschen falsch an. Da kichert auch schon... Da kichert auch schon etwas. Da hat auch schon Pokémon gekichert. Achso. Ich muss auch mal das Zeug hier wegbringen. So. So macht Pokémon Leveln Spaß. So kann man das machen. Jetzt macht mir das Stream auch mehr Spaß, weil die noch Leute zugucken. So. Vorher war das ja nicht so. Bleib stehen. Bleib stehen. Du Arsch. Alter, das ist so... Kannst du auch mal... Bleib stehen. Bleib stehen. Das ist so schwer manchmal. BAMs ins Gesicht. So. Achso. YouTube nur Copyright Sounds. Ja. Davon habe ich ja auch manche Lieder. Das ist ja richtig. Aber die jetzt runter zu laden... Ja, das wäre ein bisschen blöd. Da behalte ich lieber meine Playlist, die ich jetzt schon so habe. Hä? Wieso steht denn ein halber Baum? Das ist ja unnormal. Ist das ein Taubsi? Ach, Level 5. Damit gebe ich mich gar nicht ab. Bringt viel zu wenig. Weißt du, damals hätte ich mich darüber gefreut, wo ich noch einen Commander Level 5 hatte. Jetzt hätte ich mich über Level 5.000 gefreut. Jetzt kriege ich das alles. Ein Traumato. Lol, die kämpfen. Ihhh. Aber Traumato hat besiegt. Ey, hier geblieben. Ich würde auch. Nicht nur du bist ein Spaß, Junge. Ja, das bringt nicht viel. Ja, da geht meine... Alter, wir 26. Ja. Das wird eine Übermacht einfach. Du, Texo wird echt eine Übermacht gerade. Das ist äh... So. So, dann geh mal wieder nach Hause. Kennst du den Hause? Der haut dich einfach, wenn du reinspringst. Ohhhh. Ich hab mal eine Witze. Das ist furchtbar. Erst mal schlafen gehen. Sonst sieht man draußen ja nix. Da händen auch wieder ein paar Kühe rum, die man ausrotten kann. Ein Duflor ist da noch. 25. Kann man machen. Könnt ihr? So. Ehh. Das warte ich gerade durch mich durch. Alter. Was? Was? Alter. Das Arbok ist voll geil auf mich. Guckt euch das mal an. Das umgarmt mich gerade. Das will was von mir. Das will was von mir. Ganz ehrlich. Das ist schon äh. Fast schon sexuelle Belästigung was das Arbok hier macht. Also. Das sieht nie gesund aus. Und das will bestimmt danach auch noch kämpfen. Definitiv. Ja. Level 25. Lutex. Oh. 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 Kann ja eigentlich auch Glut einsetzen. Aber. Ja. Na doch. Geht. Auch gesagt. Das Arbok will noch was von mir. Das ist so anhänglich gewesen. Einfach nur. Ne. Ne. Das bringt aber wenig. Na gut. Das ist auch 34. Was. 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 Meckere ich überhaupt. Mal das mit. Drachenwut. Oh. Das kann sehr knapp werden. Oh. Das ist knapp. Ja. Oh. Oh. Das ist knapp. Ganz knapp gemacht. Ganz knapp. Na. Warte ich auf diesen 22. Das ist schon. Ich muss. ins Pokémon Center dringend. Das Arbok hat es mir ein bisschen. Äh. Naja. War ein bisschen gelitten. Das war ein bisschen gelitten. Wilder ist auch was von mir. 45. Da ist noch eine Kuh. Kühe ausrotten. Komm her du Kuh. Alter. Wieder in den Arsch. In den Arsch. Einfach nur. Bäm. Swannhit. Ist das ein Karpador? Hm. Mist. Da wollte man mal springen. und dann. Und dann. Ja. Obwohl. Ne 28. Ist mir dann doch. Zu viel. Jetzt hauen die schon wieder alle ab. Das kann man nicht mehr. Ja. Greif mich doch mal an. Bäm. 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 Swannhit. So. So. Ich mach jetzt auch mal ne Pause. Ich das. Oh. Die kämpfen hier schon wieder. Kannst auch gegen mir kämpfen Junge. Mist. Komm her. Hm. Yeah. Auf die 12 Junge. Bäm. One hit. So. Geh nochmal ins Pokémon Center. Dann werden wir mal eine kleine Pause machen. Zum Rauchhöhen. Ups. Äh. Skype hab ich. Aber im Moment ist das ein bisschen ungeil. Skype hab ich. Aber. Im Moment würde ich da eh nix annehmen gerade. Zumindest. Innerhalb des Streams. Das wäre nicht so. Schwul. Alter. Das hab ich dir voll am Kopf geworfen. Du müsstest Kopfschmerzen haben Junge. So. Da wirst du so ein Retton mal so ein. So ein Pogeball am Kopf weißt du. Und das will nicht mal kämpfen. Das scheint wohl auf Kopfschmerzen zu stehen. Das ist ja unnormal. Ich hätte grundsätzlich niemanden. Das müssten schon die Leute machen. Weil sonst hätte ich irgendwann den ganzen Tag damit zu tun. Ich meine irgendwann würde ich den auch annehmen. Aber. Weil das. Nee. Das müssten die Leute dann schon von sich aus machen. Ups. Dankeschön. Pimmelbergere. Ja. Ja. Gere. Keine Ahnung. Dankeschön fürs Followen. Was macht denn der Vogel da drin. Der planscht da erstmal. Wir haben hier keine Kühe mehr. Oh. Ein Radikal. Das Myrapla wäre geil. Aber. Ja. Das Radikal Level 30. Das ist schon. Ach Mensch. Das ist noch ein Retton. Erstmal wieder ein Pogeball am Kopf schmeißen. Komm her. Hm. So. Wiesste. Das hat keinen Kopfschmerzfetisch. Das kann man angreifen. Wenn man ein Pogeball auf den Kopf schmeißt. Boah. Klasse. Hallo Lollipop445. Willkommen im Stream. So. One Hit. Nice. Lege ich mich mit der nochmal an? Na gut. Die. Das Vieh legt sich mit mir an. Da wird eh ein Schuh draus. Aber da wird nicht mit mir. Ehh. Nutexu stand gerade in mich drin. Das war ein bisschen ekelhaft. Ah, das wird aber ziemlich knapp. Oder? Ach, doch ging. Nice. Warti leveled. Level 23. Schön. Hallo. Maxi King 14.0401. Willkommen im Stream. Kommen ja doch ein paar Leute. Finden die schon nice. Nein. Wollte ich gar nicht. Wollte doch noch ein paar Pokémon suchen. Wie das Voltileam zum Beispiel. Alter, in den Arsch geworfen. So. Ja, obwohl, das kann ich ja nicht so angreifen. Warte mal denn. Welches Level? Ach, die leveln sich so. Mal mal Arbok rein. Habe ich ja auch noch. Vergesse ich immer wieder. Was hat denn das? Eiszahn? Eiszahn? Sogar eine Eisattacke? Nice. Wanted. Nice. Weil das deutsch ist. Welcher Pixel Mod ist das? Äh. Da müsste ich gucken. Ich wollte ja sowieso eine Pause machen. Eine kleine. Da gucke ich mal nach. Was das für welcher. Ich meine es ist nicht alles deutsch hier. Aber vieles. Sag ich mal. So heilen werde ich mich ja auch noch mal. Und dann gehe ich mal den Tor. Wenn ich eine rauchen kann. Und dann werde ich mal gucken, was für eine. Wo ich das her habe. Sag mal. Also die Mod ist für die. Für die Version. Kann ich auch schon mal zeigen. Das ist für die Version 1.7.10. Und äh. Ich gebe mal den Tor gerade. So. Äh. Musikpause. Gierig erstmal. Ah jo. So. Ähm. Ne da gucke ich gleich mal, was das ist. Das habe ich mit einem installiert. Mit einem installer gemacht. Und zwar heißt der. MC Mod Installer. Mussten mal bei YouTube eingeben. MC Mod Installer. Könnte ich ja auch mal machen. Ob man das dann auch findet. Nicht, dass ich hier Müll erzähle. MC Mod Installer. MC Mod Installer. So. Findet man das. Minecraft Mod Installer. Einfach Mod Installer. Ja. Findet man. Da findet man alles, was man braucht. Dann gibt es da so eine Liste. Die kann man dann gucken. Kann man dann gucken einfach. In der Liste. Und äh. Und da muss man oben bei Mods rauf gehen. Beispielsweise. Und dann kann man halt, äh, auch. Den Pixelmon Mod finden. Den installiert er dann automatisch. Dann installiert er das denn über den Mod Installer. Finde ich sehr praktisch, muss ich sagen. Und dann kann man das dann auch darüber dann quasi machen. So. Jetzt will ich erstmal da rauf. So. LK Technik Launch. Schmerz. Ja, aber ich finde das gar nicht schlecht. Die Mod. Leckt zwar ab und zu mal. Aber an sich funktioniert es ganz gut. Kann man machen. Wusste ich auch vorher gar nicht, dass es so was überhaupt gibt. Weil das ist, äh. Weil hätte ich das früher gewusst. Ich hätte das vorher, ich hätte das so gesuchtet einfach nur. Wie ich das jetzt gerade suchte. Ist ja schon, ich stüme ja schon seit 6 Stunden. 6 Stunden, das braucht man gar nicht. Wie die Zeit vergeht einfach. Nach dem Rauchen geht das denn auch weiter? Nee. Man braucht mal eine kleine Pause. Und. Ja, das kann man aber mal spielen, muss ich sagen. Macht schon Spaß. Ist schon witzig. Wohl, spielt man das? Ich habe das ja gestern schon gespielt. Eine ganze Weile. Auch so 6, 7 Stunden lang. Bis ich dann ins Bett musste. War ja auch schon 3 Uhr morgens. Also, das. Ich bin so ein suchtig einfach nur. Wenn es da oben geht. Und ich habe da oben gehört. Vielen Dank.